Vorgespielt, in den Kasten gemacht Ja, mich gefreut Leider nicht mehr So Jungs Haben wir nochmal abgespielt Der E ist ja auch ein E, kein 3 Rot Moritz, Höre oder Junior? Da kann er ihn stoppen Also komm Rot Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt Bitte Sehr gut Torwart Lang Hinten, Taiwan Ballverlust Ich darf hier nicht Loll Verlassen wir nur an ihm ab Ja, rot Bitte Bin wir sehen Jetzt wirds gefährlich Schönes Zuspiel Ja, kommst nicht ganz vorbei Schade Ja, wirklich Na ja Ne Ich hab Fokus Na, ich auch Bitte, bitte Start hier Alter, diese Fokus Ich hab da manchmal Ja, du willst ja eigentlich gleich den direkten Passweg wieder abblocken, aber Lang Mal vorsicht Wirds jetzt gefährlich Weiter ist blank So, erstmal geklärt Baul Ich hab Fokus, ich hab Fokus, LV Ich geh, ah, guckte Jawohl Baul Ja, ich mach zu Dennis machst du zu? Also halt Schade Boah, das ist schluck das war uns gegner abgenommen hinten schön gemacht richtung gegnerisch das tor da steht die abwehr sicher hatte sie so wieder fokus man kommt doch absichern ja ja hab gar keine da kommt die hereingabe oder flair was auch immer flair brauchst du dafür kein fokus man bleibt ruhig mit ich haben wir komm jungs Achtung sehr sicher sehr sicher hinten hinten ja sehr schön nein er kommt nicht soll zu dir akka kommen ja er sollte auch wir haben angefokust bitte ne ich hab schon außen gedrückt ne obermitte fuß aus hat obermitte vorteil in dieser situation ja und diese da kommt der schuss 10 fm schön gut gemacht close sorry ich hätte er abwassern sollen gut gemacht gut gemacht so jetzt reicht er unverteilt mit dem spieler noch die gelbe karte hinterher er wollte einfach den vorteil abwarten mach das genau richtig close hier gut 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 das ist ja vielleicht mal in den rückraum ja nein komm ja ja aber aus der drehung halt da sind sie grad noch zur stelle schade zu stellen sorry ok wir haben noch Zeit weiter jetzt könnte es gefährlich werden boah der sollte nach oben dann haben wir noch schießt er ihn rein tolle aktion vom Torrat hab Fokus hat er dich versucht ja hab ich dann seid ihr da ja ist doch ich wusste ich ich hab dich gar nicht auf der Karte gesehen jetzt die Flanke Szene geht weiter und den spielt er gleich wieder zurück Mitte durch Vorsicht ja mit viel Übersicht gute Chance Pammer war frech er müsste früher mitlaufen in der Mitte ok gierig gegen so einen Haller Ball ey ja er hat sich halt auch wirklich richtigen Moment gelöst ja der Bommé ist wahrscheinlich schon mitgelaufen ein guter Doppelpass und das ist der Ballverlust aaaah jetzt kriegen vor rechts oben rechts Mitte kurz Flagge jetzt da können sie erstmal klären der war kein Fastweine Knüppel jetzt können sie gleich den Ball einwerfen pfff 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 pff pfff pff pff bitte durch hier wurde auch freistoß entscheidung korrekt ich mache ich mache auf oben das war keine gute flanke alles cool bitte sicher vom torwart gut gemacht richtig denn wäre aber auch nicht gefährlich mal rechts raus also jetzt kommt er zu mir auch rechts raus und dann schicke ich noch mal counter durch lewandowski aber es ist einfach lassen jetzt spielen dann kriegen den ball nicht wir treffen viele falsche entscheidungen heute extrem viele wenn man den ball durchstecken kann wird er kurz noch mal gespielt wenn man kurz spielen muss wird er lang durchgesteckt wenn man flanken kann wenn man schon im 16er steht dann wird er noch mal irgendwo auf 2 meter kurz gespielt so gerade gegen die bots können wir wenn wir am reinlaufen sind eher flanken ich bin jetzt 187 also größe ist dagegen die bots egal da kommt er drauf an wie du drückst und der ball lieber wieder zurück ja fokus schöner pass jetzt wird gefährlich ohne vor denn dennis da gehen sie noch mal dazwischen glücke habt die chance wäre gut gewesen wenn es jetzt schnell geht damit gefährlich noch mal unten da geht er inzwischen wo machst du das denn vorhin drücken ey ich hab Zeit ja ich fäng am Torhüter oh mein Gott der Fokus blau Fokus Tick Tack Tick Tack die Uhr tickt für den Außenseiter der hier überraschend in Front liegt und das alles andere hat zu verdient da 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 kriegst du nicht vorgedrückt ja statt leicht hinter denen hätt ich sehen müssen fach lauft doch ich bin noch mal da außen schieß mal ging nicht, weil ich keinen richtigen Fokus hatte ich glaube wir haben noch nicht einmal richtig aufs Tor geschossen, oder? nicht Moritz Dennis ja schau mal Druck hier Druck, Druck, Druck nicht weglaufen, wir haben die doch in der Ecke da schön gut verteidigt hier grün richtig, ja schade kommt direkt Leon oder du er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern ja, kommt Leon hinten ja, aber komm kurz kurze Ecke gut gespielt, ist das die Chance aus dem Bad und mach Druck, komm Tennis ja nein, ich verkackt, so krass, alter du musst dich spielen können, da hast du Angst, ne ja, komm und unser, jetzt mal breit, mal komm schöne Aktion wird das deine Torchance komm oh fuck Ball draußen wird Einwurf geben Vidal G jetzt könnt ihr den Ball abspielen macht er da ab abschauen ja, ich bekomme Fokus, Jungs oh, dann hat das Ding nach vorne das ist viel, Alter das war halt ein Fake Call seines Vaters ey, ich habe Fokus bekommen ich bin nach vorne dran, der rennt nach hinten so Jungs, come on, Fußball spielen ja, kommt weiter vor, Lager ja, ich kann ran auf mich unter dir, zur Not also, aber eigentlich hätte die Flanke von Counted wo wir noch am Laufen waren, kommen müssen halt, komm, weiter ja, wenn ich nach hinten spiele, lockte, wird Herr Wendt ganz lang machen, ne komm, kurz Aqua der steht komplett frei flankt halt nicht mit Abstoß geht's weiter mit Abstoß komm, weiter Alter, komm, nicht an Mann, ey na ja kriegt dann ja, genau sehr wichtig ja, vorne mit ja 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 Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen Alter pfff nein geht gut dazwischen, weg ist der Ball hier wurde auf Vorteil entschieden sehr gute Entscheidung Jungs, mach, du bist überhastet Jungs, mach, du bist überhastet Jungs, mach, du bist überhastet Jungs, mach, 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 ich hab ihn alles klar, läuft bei FIFA läuft bei mir ja, gibt Ecke klasse Parade hier nochmal wiederholen noch ein paar nach vorne zum Konter Dürfen sie gar nicht, Leon Leon sag ich schon ja ich will mich komoppt hier was ist jetzt eine Beleidigung und links hoch ich bin nicht sicher weiter ohne den ja einen Timeout sieht er aus aus der er hat er nicht bewegen tut er sich komm vor er bewegt sich nicht ja, soll er jetzt von nichts was er drücken, wenn das wird korrekt was ist das denn kackt, Alter man verdient, Alter wir spielen mit den ersten Menschen das sieht man jetzt auch am Spielstand in der Wiederholung sehen wir es nochmal den muss er natürlich machen klar, der Torhüter war raus aus dem Tor dann hat er natürlich leichtes Spiel jetzt steht es 2 zu 0 das dürfte ihn Ruhe geben Lewandowski da ist die Flanke so, alt, traurig jetzt erst und bei uns weiter können wir machen könnte ja, schönes zu 2 1, hier ist noch alles drin 6 Minuten haben wir hier noch jawoll die Fans geben nicht auf sie geben nach wie vor alles aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen er zieht ab oh, da war sie die Riesenchance auf der Aufwand da war die Mitte mit mir aber das war natürlich eine Riesenparade aus der entfernt ganz oben unglaublich am Lamm ja, ich lege hinten ab jetzt wird's gefährlich Lewandowski Alabaneta das ist halt scheiße das ist das IV da am 16er das ist zu verlegen hinten Vorwort gut und nach vorne mit reguläre Spielzeit ist vorbei drei Minuten Nachspielzeit ganz lang schuss gut verteidigt schuss lakar er kommt klar dann gehen wir da vorne an den Strat vom Apfel nochmal alles rein und das Spiel ist noch nicht vorbei und jetzt geben wir noch gelb da hat er erst noch den Vorteil abgewartet sehr gut gemacht richtig das Spiel zunächst weiter laufen zu lassen ja mach jetzt pfeift er ja 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 was würd ich da machen halt ich würd halt bei den Dingen auch nix machen bei dem Kopf komm mal nach vorne mit ach ja geh geh komm doch rein ja ja wer hätte das gedacht der Außenseiter entscheidet diese Partie für sich ich versteh nicht warum wir die Mitte nicht mitnehmen warum ihr euch manchmal nicht anspäht ich raff's halt nicht ich bin doch auf gestern alter ohne Mist dran ich war auch die ganze Zeit da frei ich raff's halt nicht so random ich bring so einen zu liefern alter ja ja ich bin auch weg tschau 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 immer diese Laufpäs nach außen Mann ey ja wir machen hier mittlerweile nix mal anderes Außen, Flanke, verkackt Außen, Flanke, verkackt Außen, Flanke, verkackt deswegen versuch ich halt in der Mitte noch irgendwie reinzuziehen oder reinzulaufen damit er ein bisschen was anderes dabei hast aber halt gegen Bots kannst du es nicht machen weil gegen Bots zu außen verloren ja wir hätten schon lange spielen können wir hätten einfach ein bisschen kommen lassen wie es teilweise ja war und dann durch die mitte langen wir kein bot hinterher kommen aber was machen wir außen zweimal drehen und dann ist es vorbei wieder im arsch gegen die bots kannst du einfach nicht dribbeln da brauchst du gar nicht versuchen aber das hat ja jeder gemacht warte kurz du hättest aus dem vollen laufe zu flanken können wir viel besser gekommen als wenn du noch mal abbremst und versuchst zu passen das war halt voll für den arsch wieder das heute überhaupt drei punkte mitgenommen haben wir wieder mehr glück als verstand und leider bei dem spielen hier und noch spaß hat keine ahnung hat kurz ich hab's ja noch gesagt in der ersten halbzeit spiel doch mal einen rückraum das 2 2 hatten wir ja auch den fuß aber ne jonas musst du drauf knallen in der mitte stand ich ganz blank wir haben auf jeden fall noch viel arbeit vor uns aber ich denke wir sind am guten weg warum kommt das durch spontane absagen oder ich komme mal um acht oder ich komme mal hier ich krehe noch schnell oder so dadurch kommt das spaß weil da spielst du halt 80 gefühltes training immer wieder irgendwo mit dem bot und dann keine ahnung ist das lausig meintest du jetzt mich oder allgemein ja dich auch ok ja ne ist ok in die fresse habe ich kein problem mit ich hasse es halt wenn ihr zusagt und dann halt nicht die app ist so einfach ohne spaß es gibt drei knöpfe ich weiß das ist nicht also wir können es halt auch ohne halt machen so und wie gesagt auch ohne dass ich vor einer aufstellung poste und dann wenn halt 16 leute zusagen ja müsst ihr halt alle 16 im tübsweg sein und dann mal glück haben wenn ich aufstelle können wir auch gern so machen aber das ist ja eigentlich ein gegen kommt für euch damit ihr wisst ob ihr spielt oder nicht aber wenn das nicht so geht ist das scheiße ne du hast recht alles gut ich werde mich bemühen alles gut kriegen wir hin joa ne nicht joa du hast recht punkt ja alles gut mate deswegen haben wir aber nicht ganz verloren es wird zu einfach also donnerstag kann ich auf 100 prozent nicht sagen ob ich da bin weil ich nach gießen muss wahrscheinlich aber das steht auch noch nicht fest es entscheidet sich morgen abend leon joo sonntag sollte ich da sein du musst halt die gießen story da hinter dich lassen man geh da halt einfach irgendwann hin und hab der keeper verliert 6 information ist ginge eins gegen rие